so jetzt schauen wir uns einmal die verlorenen level an bin ich gespannt was so rausgeschnitten oder besser gesagt was gar nicht ins spiegel gekommen ist jetzt gibt es erst mal einen richtigen schluck aus der pulle ok was ist hier los? keine waffe? ok gehen wir mal hier auf die party ok die unterhalten sich nicht ich kriege aber einen ball eine zack was habe ich gewonnen? frech hat nichts aus was hier ein netter versuch alles abgeräumt jetzt kriege ich nicht mal einen gewinn oder was ok das kann ich noch entdecken versteckt sich im feuer sitzen kann man ok ein paar bugs gibt es noch oder gab es ja guck mal da sitzt genau derselbe typ der auch vor uns beim abwerfen stand der flaschen ok kann man nichts machen kann man nur rumsitzen ok kein wunder warum sie das raus geschnitten haben oder was sie sagt nicht reingenommen haben ok action weg von dir ach so jetzt bin ich die kanalisation ach so jetzt bin ich die kanalisation komm hoch ellie na da können wir nicht raus hier geht schon mal nicht raus das wird nix na probieren wir es mal hinten komm körper hoch was haben wir hier? zack, müssen wir natürlich alles mitnehmen ich will alles weg looten verdammt, ich muss hier raus ja, machen wir doch hoch und raus, immer weiter hoch und raus guck, was haben wir hier noch? bisschen schlammig, dirty der Matsch dort lang, switcht nicht schlecht gemacht schade, müsste es eigentlich jetzt richtig schlammig sein, schade, dass wir das nicht gemacht haben leck mich doch, Universum deswegen sterben wir hier auch nicht so so oh Ach komm, es gibt Schlimmeres. Okay, warum kann ich meine Waffe nicht zücken, das ist ein bisschen doof. Guck mal, da hängt einer. Oh, okay, geh doch mal jetzt weiter. Jetzt müssen wir sie noch fünfmal schütteln, ey. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich wusste das, wenn da schon so einer hängt. Na, bitte. Oh, shit. Hier hat's ein Käper, ja. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ach, schade auch schon durch. Ich... Die Jagd. Oh, bist du. Okay, offensichtlich soll ich den Blutspuren folgen. Wo ist das Blut? Ja, ich guck doch gleich. Ich möchte nur mal ein bisschen umschauen. Ja, 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 ja. Immer dem Blut nach. Hab schon bestanden. Erwischt. Na klar, da soll ich rein. Wie soll ich da rein kommen? Die Tür. Okay. Ich seh nichts. Oh, letztens schon. Fuck. Fuck. Okay, das Junge zuf. Mit so einem Regal stellen. Fertig. Das ist blöde Mistviech. Das ist blöde Mist. Das war schon tot. Das ist blöde Mist. 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 Oh, okay. Dann hat doch kein Bild zum Abendboot. Ach, schade. Ja, das waren die drei verlorenen Level. Schade hätten Größe sein können. Fuck mir für mehr. Ciao.